guck dir die gedärme an ich hab's nicht will nicht scheiß weil kein dach durchs gebüsch laufen Mist du hast es beim Jetzt komme ich hier nicht raus, oder? Ach, hör doch auf, ey. Jetzt komme ich... Jetzt komme ich... Jetzt komme ich hier nicht raus. Jetzt muss ich wieder zurück, ey. Okay, ich denke, hier muss ich hin. Warte, ne? Da wird ein bisschen was hoch, was nicht fliegen kann. Speichert. Ja. Dieser verrückte Doktor, der versucht... Nun, da kommen wir leider nicht hoch, denke ich. Der versucht, das noch auf jeden Fall... ... jetzt dabei zu kriegen. Da ist jetzt natürlich jetzt... Ja, es bringt uns ja nichts, wenn wir hier schließen. Da haben wir ja nichts von. Okay, hier geht's an. Hä? Da kommen wir leider nicht hoch. Hör auf, bitte, an der komischen Musik hier. Zu. Wo jetzt hin? Jetzt zurück. Ich kann ihn nicht betätigen. Mit einem Kopf macht der Basketball. Alles klar. Muss ja doch wieder nach draußen hier. Was? Hey! Hier war doch voll zu. Da ehr ich mich. Okay, das ist auch zu. Da ist offen. Da geht's weiter. Okay. Oh, Freunde. Ja, mir ist so. Keine Batterie? Weil das der Kopf nicht sein wollte. Ja, ich soll da jetzt rüberspringen, oder was? Ist doch sonst alles okay bei dir, ja? Ah, siehst du, wenn ich sowieso nicht weit gekommen bin, also muss ich ja da lang. Hm? Alles klar. Nichts, ich freut das nur wissen. Geh mal runter. Uah! Ich wär ja bald da runtergestiegen. Junge, mach das eh nochmal mit mir. Elender Wurm. Ja, ich wär ja bald. da zieht er sich jetzt nicht hoch können wir da dran vorbeilaufen wahrscheinlich nicht das heißt ich muss da auf den rohren runter batterie hallo batterie muss mal 50 meter musste er musste dran jetzt habe ich guck sechs von zehn autos gut das ist immer gut das ist mir gerade so ein bisschen gruselig ist sehr gruselig muss ich sogar sagen ich hätte nicht gedacht was mich in dem spiel ist so oder nicht erwartet dass wir dieses spiel also so ein bisschen das ist nicht gerade ganz ohne ja aber ich hoffe doch dass er damit leider okay das ja denkt dran leute ich habe zweimal autos angeguckt oder einmal einmal zumindest auf jeden fall das war beim grunk aber das war es dann auch das längere zeit her beim holi habe ich mal reingeschaut und da bei der flume reingeschaut nur die halten sich so lange wegen ihren ängsten und das weiter an gewissen stellen auf da weiß wird er nicht mehr wo du lang musst und mir denke ich mir einfach gerade nur vorwärts 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 ich würde ich würde ihn töten auch wenn ich die schon wieder nein 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 da ist offen ok hier bin ich wieder da schweiße geht's auch noch auf ok die werden uns natürlich jetzt wieder jagen da gehe ich mal ganz stark von aus oh scheiße ich sehe gar nichts mehr weiß eine steht da und eine steht da die jagen zum schiff gleich was das ist ein knast revolte weg hier wir haben das gar nicht verdient da links und rechts schauen da unten auch nicht immer nur immer nur noch speichern jawohl hier muss mir die mufe aber sowas von ok da geht es weiter also gucke ich erst mal rein können das war ja wieder klar von außen kann man nicht da rein wir müssen von innen rein das heißt wir müssen hier drüber ich will jetzt erst darum gucken nein ich liebe dich nicht tut mir leid wie kommt der hier hoch wo bin ich denn jetzt hier hier war das doch gerade anders bin ich falsch abgebogen gerade kannst du dich verstecken was stimmt denn mit dem nicht okay raus kann ich auch nicht was haben wir denn da ist das jetzt j von jay billings merck of corp us com bla betreff re patient sammul sammul fehlt da nicht irgendwie ein e kurt so als mein vater übrigens wir haben wieder ein und diesmal kannst du es nicht als ein fall von akuter psychopathischer belastungsreaktion abtun ein wachmann ganz hinten im verwaltungsblock ist der neuste mitarbeiter der anfängt wernickes märchen zu sehen er war nie dem antrieb direkt ausgesetzt ist nie unterhalb des ersten stock in einem gebäude gewesen es wäre schon ein unglaublicher bruch vom protokoll und sicherheit wenn ärzte sich in höhere reichweite eines angestellten wachmannes oder warrider unterhalten würden und erscheint schon sehr wahrscheinlich unwahrscheinlich dass er alleine über eine solch obskure und mystische geschichte stolpert ist es ähnelt so sehr dem fall von dr sammul und den anderen von ihm es ist eine sache wenn ursprünglich gesundes medizinisches personal unter dem bann der wahnvorstellung ihres patienten fallen aber es ist etwas anderes wenn diese überzeugungen ich weiß auch nicht über die luft übertragen werden wir müssen persönlich miteinander sprechen billings ok ok gestörter freak ich denke mal wir müssen wir lang also ich war ja schon richtig habe eine pinne irgendwie so umgedreht als ich dachte ok so jetzt sind wir hier also es hat hier ist eine leite ok alles klar ja ich habe am anfang gerade erst nicht gesehen das ist schon mal sinnvollen virus wenn man sich irgendwo genauer umguckt damit man weiß vertrauen sie ihnen nicht sie behaupten es sei wissenschaft aber es ist es nicht sie haben auf uns gewartet hier billiards verstanden sie waren immer hier ok da wartet einer auf uns warum auch immer ja so eine lampe bräuchte ich vielleicht auch die könnte ich mir oben in die ecke hängen super beleuchtung für meinen greenscreen ja wie geht es dir ich haben sie vorher angefesselt ist wurde sich so gelb aus wenn die käse sucht jetzt so viel geht ich hatte mal ich hatte ich hatte ich hatte ach scheiße ich wollte gerade gucken von welcher marke warte mal morin channel 1 hm ok das hat virus das hat virus sinn nein das hat echt schon ein virus was du da machst scheiße wir müssen auch noch da rein speichern da wird auf einen eingeprügelt da mal 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 also wir haben es uns nicht ausgesucht warum sollen wir darüber bezahlen müssen wir sterben wo er wird uns umbringen weil wir kann ich nicht lesen man also mit dieser musik werden wir dazu genötigt zu rennen also vielleicht kann ich den text nicht lesen aber ich denke mal ihr braucht nur auf pause drücken dann habt ihr das auch dass ich von da draußen bringt uns nicht viel er das zu meine haben sie aber ganz na ja ich weiß so deine scheiß batterie hier gibt es doch kein weg raus verstecken ist ja auch nicht großartig scheiße muss aus fenster springen ja toll wofür mache ich dann auch dort merck of operation jede menge dokumente das ist leer ich dachte der folge okay kommt das platten was 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 aber was bist du nicht einfach nicht einfach ihren mund halten nicht einfach mitspielen aber sie haben jetzt genug geredet sie mir eingefallen und sterben sie hier ok also freunde ich werde an diesem punkt ist ein klein kaputt machen ich weiß nicht was wir noch als nächstes erwartet das war jetzt ein bisschen horror zu viel für mich ich muss jetzt brauche ich brauche aber scheiße ja ok ihr werdet dann sehen ob das hier angeschnitten wurde oder gekattet wurde danke fürs zusehen bis zum nächsten mal euer virus ciao mit v